Ich bin Claire und am Brunsholzplatz werden Stämme für die Säge vorsortiert und dort in einzelnen Boxen eingelagert. Der Sägefahrer kann die dort dann aus den Boxen vernünftig rausnehmen und auf die Säge auflegen. Und ich bin hier, weil mich die Arbeit mit Holz fasziniert. Hier im Leitstand wird das fertig entrinnerte Produkt vorher aufgelegt, welches dann gespannt und gesägt wird und als fertig geschnittenes Produkt zur Sortierung gelangt. Ich bin der Oeckisch. Momentan bin ich an der Trockenkammer. Hier werden an jeder Kammer Elektronen angebracht, die mit Kabel verbunden sind, um am Computer jederzeit die Holzfeuchte abrufen zu können. Ich habe mich für diesen Ausbildungsruf entschieden, da ich Spaß am Umgang mit Holz habe. Hallo, ich bin Joost. Ich bin momentan in der Sortierung beim Hobel und ich bewerte die Bretter nach optischen Kriterien. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil mein Onkel hier arbeitet und der mir auch viel Positives über Egger erzählt hat. Und weil Egger ein zukunftsorientierendes Unternehmen ist und ich gerne im Umgang mit Holz arbeite. Ich bin David und bin im Moment im Bereich der Paketierung. Hier werden die Pakete gebündelt und verpackt. Anschließend werden die Pakete dann per Lkw, Zug oder über Schiff in die ganze Welt verschickt. Ich bin bei Egger, da ich schon vorher hier im Bereich von Praktikas und Ferienarbeit tätig war. Und auch, da ich die Weiterbildungschancen bei Egger sehr schätze und auch wahrnehmen möchte. Hallo, ich bin der Harun. Ich bin im Moment am Schnittholzplatz zuständig. Im Moment sorge ich dafür, dass die Lkw-Ladungen richtig abgesichert sind und mache auch die Verplombung. Das Schiff sind, die Lkw-Lä cen gesellen.